Ihr gehört in die Zippe-Geschwenkschlein. Die Bilder hat der Oskar Weiss gemalt. Hihiiihihi! Es ist z'nachtem zwölf in der Windwelt durch den Schlossgang. Es ist die Geisterstunde beim letzten Glockenschlag. Ein kleines Geschöpfchen im weissen Umhang. Sieben mutig steigen Geländer ab Die erste Kurve wird schon langsam kritisch Die zweite hat es geräusig rausgespickt Es schimpft und denkt, ja, das ist wieder typisch Der Böttler, der Löwe, hat das Geländer noch nicht gepflegt Wer kennt scho die Not vom Kleinen, eppig Gespenkstli Es schilert und hat Blümli auf und bleibt Wer kennt scho seine Sörgali und Ängstli Den Gespenkstli, der genau ein Sapper hält Mmh, 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 mm Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020